Ich beginne heute mit einer Andachtsserie, die ich biografische Lektionen nenne. Dabei geht es um Persönlichkeiten aus dem ersten Buch der Bibel, aus der Genesis. Wenn wir uns diese Menschen anschauen und Gottes Handeln mit ihnen beobachten, können wir wertvolle Lektionen für unser Leben lernen. Wir beginnen heute mit dem ersten Menschen, mit Adam. Adam und Eva sind die zwei Menschen, die Gott auf außergewöhnliche, exklusive Art und Weise geschaffen hat. Den ersten Menschen, Adam, schuf Gott aus der bereits vorhandenen Materie. Im zweiten Buch Mose Kapitel 2 Vers 7 heißt es, Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Als Adam seine Augen öffnete, war er sofort bei vollem Bewusstsein. Er war auch sofort ein erwachsener Mann. Er war im Besitz seiner Fähigkeiten, die Gott in ihn hineingelegt hatte. Dazu gehörten die Vernunft, das logische Denken, das Reden, das kreative Schaffen und die Möglichkeit der Kommunikation und der Gemeinschaft mit dem Schöpfer selbst. Adam wurde in eine paradiesische Umgebung gesetzt. Er genoss die Schönheit des Gartens und hatte sofort vielfältige Aufgaben, die Gott ihm aufgetragen hatte. Adam sollte den Garten bebauen und bewachen. Er sollte die Tiere benennen und über die von Gott geschaffene Erde herrschen. Das setzt natürlich gewaltige mentale und geistige Kapazitäten und einen hohen Intelligenzquotienten voraus. Das alles besaß Adam zweifelsohne. Aus dem Auftrag Gottes an Adam lernen wir, dass Arbeit ein Segen und ein Vorrecht ist. Dass wir Menschen nach dem Ebenbild Gottes gemacht sind und deshalb kreativ sind und fähig sind, nach Gottes Vorbild zu arbeiten und Dinge zu gestalten und zu erschaffen. Arbeit ist nicht erst nach dem Sündenfall über den Menschen verhängt worden, quasi als Strafe Gottes. Nein, sie ist ein Vorrecht und ein Segen. Adam hat eine exklusive Biografie. Sie ist mit keiner anderen außer mit der von Eva vergleichbar. Adam ist in allem der Erste, der Besondere und der Exklusive. Er ist der erste Mensch. Er ist der erste Ehemann, der erste Vater. Adam und Eva sind die einzigen Bewohner des ersten Paradieses. Niemand außer Adam und Eva hat dieses Paradies betreten oder gesehen. Gleichzeitig hatte Adam eine exklusive, eine besondere Funktion. Er war der Anführer und der Lenker der gesamten Menschheit, die nach ihm aufkommen sollte. Seine Entscheidung betraf die gesamte Menschheit. Und Adam hat in seiner Rolle als Anführer der Menschheit versagt. Er hat Gott den Rücken gekehrt, Gottes Gebot missachtet, mit Füßen getreten. Er hat dem Satan geglaubt und so die gesamte Menschheit in eine Katastrophe gestürzt. Das Ausmaß seiner Schuld und seines Versagens muss Adam wohl nach und nach immer deutlicher und bewusster geworden sein. Und spätestens nach dem Tod Abels muss er verstanden haben, wie schrecklich der Fluch der Sünde ist. Adam hatte 930 Jahre Zeit zu sehen, was seine Sünde für ihn, für seine Nachkommen und für die gesamte Menschheit, ja auch für die Tierwelt und für die Umwelt angerichtet hatte. Das Schicksal Adams ist ein tragisches Schicksal. Das, was so hoffnungsvoll, paradiesisch und so harmonisch begann, endete tragisch und tödlich. Es ist auch erstaunlich, beim Lesen der Bibel festzustellen, dass Adam sich nach seinem Versuch, sich vor Gott zu rechtfertigen, nicht mehr äußert und auch nicht mehr zu Wort kommt. Die letzten Worte Adams, die wir in der Bibel lesen, sind diese an Gott gerichtete Anklage. Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Danach lesen wir nur noch, dass Adam seiner Frau den Namen Eva gibt, weil sie die Mutter aller wurde, die da leben. Danach schweigt Adam. Es ist kein Wort mehr von ihm zu hören und wir lesen auch von keiner Entscheidung, die er getroffen hätte. Beim Lesen der nächsten Kapitel entsteht eigentlich der Eindruck, dass Adam seine Führungsrolle ganz aufgegeben und sie seiner Frau überlassen hat. Er hatte in seiner Führungsrolle bereits am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen versagt. Er hat seine Frau nicht gewarnt, von diesem Baum zu essen. Er widersprach der Schlange nicht und er folgte der Führung seiner Frau und aß selbst nach ihr von dieser verbotenen Frucht. Lektionen, die wir von Adam lernen können, sind diese. Die besten Umstände, die perfekte Umwelt, die höchste Intelligenz und die perfektesten Lebensvoraussetzungen schützen einen Menschen nicht vor dem totalen Versagen und vor der Sünde. Wir lernen auch, nicht der Anfang krönt, sondern das Ende. Wir können weiter lernen, dass ein gelungenes und gesegnetes Leben, das gibt es nur in der ungetrübten Beziehung mit Gott, wenn der Mensch die Gebote Gottes hält und nach ihnen lebt. Wir lernen auch, das Potenzial zu sündigen und damit die Beziehung mit dem Schöpfer zu zerstören, ist in jedem Menschenherzen vorhanden. Der Mensch ist als freies Wesen von Gott geschaffen worden und kann sich für oder gegen Gott entscheiden mit allen daraus fließenden Konsequenzen. 그때 breys bin, wenn wir gesehen haben, wenn breys sind hier in Deutschland geschaffen worden sind sowie ist in jedem heart und wie man Nein als Humain, sind bereits mit dem Schöpfer Gereßnahmench verlинки und diese Beziehung mit dem Schöpfer Gereßnahmen, sch filmen gedauert. Jetzt, gerade prob mit den Sieben, so levers geht los,죽案 seelles ist und abtrhora zu halten, im Ge preventualisten Empire nicht zu schredigen, dass ich hierzu variants und die Werbestele eruption sehen ist? Vielen Dank.